Ah! Abstieg der Gefahren! Da ist ja das nächste Level. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Hallo, hallo! Abstieg der Gefahren. Hey, wieso sieht das alles gleich aus? 40 schon wieder? Du kleines Stück Scheiße. Das ist ein kleines Stück Wichser hier. Das ist nicht mehr. Geht's nicht mehr. Ja, das stimmt schon. Aber ich denke, noch kriege ich's hin. Und dann ist das Müll-Level, äh, die Müllwelt auch schon mal weg. Vor allem ist es eh nicht das versprochene Haiti, was es hätte sein sollen. Wieso hat er mich jetzt erwischt? Wieso? Hat... Wieso? Nur Leben. Ja, genau, Alter. Echt wahr? Okay, Slytherin. Das ergibt keinen Sinn. Ey, dieses Geräusch immer ist so lustig. Squeak, squeak, squeak. Oh Gott, Kekse. Wie soll ich jetzt noch rüberkommen? Oh Gott, was passiert denn da? What the fuck? Das erwischt ich gar nicht. Oh Gott, Kamera. Junge, du Stück. Günther. Hä? Kekseis, yeah. Was passiert hier eigentlich? Aber auch die Location, die Höhle, die sieht auch wieder so cool aus. Bitteslei, echt jedes Mal ein Herzinfarkt, wenn man solche Sprungpassage machen muss, weil du einfach nie weißt, greift das oder nicht. Ich trau den Brettern irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Ja, siehste, die gehen nämlich wirklich kaputt. Noch mehr Flaschen. Weg damit. Bitte greif es. Wie soll ich jetzt hier vorbei? Hier. Einen neuen, was? Habe jetzt einen neuen Fernseher, der da vorhat, einen fetten Screenfehler. Oh. Ja gut, dann braucht man einen neuen. Ja, Glückwunsch, geil. So, okay, voll nice. Neuer Fernseher. Und wie viel Zoll so? Wie hat er sich damit kratzt, habt ihr gesehen? Wie lustig. Ja, ich muss ja halt hier den Alarm auslösen. Hä? Ich komme ja gar nicht anders an ihm vorbei. Was ist das wieder für ein Schmarrn? Ja, man kommt nicht anders an ihm. Ja. Stimmt, seine Voodoo-Kugel ist ja auch noch zielführend. Ja, das kommt automatisch auf mich hin. Ja, Gott sei Dank hatte ich gerade einen Hufeisen. Wie soll es denn sonst an ihm vorbeikommen? Was ist denn das wieder für ein Schmarrn? So, jetzt irgendwie langsam. Back mit dem, komm. So, jetzt haben wir die Hälfte. Aber ist egal. Okay. Okay. Im Kaffeesatz. Im Kaffeesatz. Ich bin in deine Scham. Bald, waschmehr. Ich weiß, was du spielst. Mach dich besser aus, nicht zu kaufen. Oder meine Voodoo-Kinder und ich. Mach dich auf ewig zu einem unserer liestbaren Zombies. Ich weiß nicht, was du spielst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja richtig krass hier 55 Zoll 4K? Voll gut zocken, echt? Das ist cool Ah, ok Krömer Kass, das ist nicht so ein Irgendwas sagt es mir Jolol, Alter Junge, 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 wir drehen nicht durch Echt? Scheiß drauf Kraxeln Ah, einfach nur durch Nein Naja Wen interessiert der Scheiß So Ja Und hier weiß ich Wie soll man dran vorbei? Es geht nicht Hier ist Entweder haben die vergessen den zu animieren, dass er sich umschauen soll oder Du kannst nicht an ihm vorbei Es geht nicht Ne, es geht auch nicht Ich glaub die haben da was vergessen Wenn du mit dem Seil ganz hoch gehst Welches Seil? Was, warum, soll da oben was sein oder wie? Oh mein Gott, ihr kleinen Pissnaken Das ist frech Krass, Blubber Das ist trotzdem frech Was ist da denn los? Ja okay, dann passt's ja wieder Oh mein Gott, klar, wir müssen das ja sowieso hier auch machen Frech, man hat's ja überhaupt gar nicht gesehen, einfach Richtig Vollgas frech Ja, genau Hallo, ich hab'n Danke Genau das Herr Junge Hätte ich jetzt kein Hufeisen gehabt Oh meine Fresse Ich hasse den Sumpf Ich hasse den Sumpf Ich will einfach nicht mehr hier sein Echt? Ich hasse den sooo Nee, ist mir egal, wirklich Ja, ja, all die Quelle Schon klar Oh mein Gott Ja Ja Richtig fair Der Streamsnipe von 1000 Kilometern Ist okay Hat die Schnauze Lass weg Ey, wieso Warum zum Fick Aha Jetzt ist der Gang frei Klar Kleiner Knurri Oh mein Gott, Sly He Boah, es ist nur Müll Echtes Der gesamte Haiti Scheißhaufen ist nur Müll Hier funktioniert fast nichts Du drückst alle Tasten Es funktioniert in dieser Welt einfach fast nichts Es ist hier, diese Welt ist furchtbar gerade Ja, das hat Es ist doch vorhin nicht passiert Es ist nur furchtbar Es ist, es macht keinen Spaß Die Welt macht keinen Spaß Wirklich nicht Die Welt ist Nicht cool Die ist wirklich scheiße Fick nicht Als ob er jetzt sogar bis hier hinten hin schießt Wir sind gleich wieder game over wenn es weitergeht Und dürfen wir den ganzen rotz nochmal machen Ja, da schießt er wieder Ja, kleiner Knurrmann Ja, Knurri Was los, Knurri? Kreis Ich Wenn wir game over gehen Hören wir auf, Leute Echt, das ist ein Scheißspiel Ey, das ist ja der Wahnsinn Diese, diese Pisswelt Nochmal mach ich's heute nicht Also, das kannst du vergessen Ja, auf einmal schießt er nach hinten Das hat er bisher nicht einmal gemacht, seit wir das Vieh getroffen haben Das ist, die Welt ist, die ganze Welt ist so ein Scheißhaufen Ich hoffe, die nächsten beiden werden wieder besser, echt Schwierigkeitsgrad, dass er steigt, schon gut, weißt du wie ich meine, aber das hier ist kein Schwierigkeitsgrad, der steigt, sondern das ist einfach nur Ja, hier, alle Mechaniken funktionieren jetzt einfach nicht mehr, viel Spaß Ja, ich, ist halt dumm Kann ich dich, kann ich dich besiegen? Ich check's nicht mal Ach doch, geh doch Komm, so Jetzt haben wir hier Frieden von dem Vieh Das Uhr plötzlich nach hinten geschossen hat So, okay Lustige Flaschen, die lustig sind Und plötzlich sind die Schnauze Das sind, glaube ich, wieder, das war, glaube ich, eine Voodoo-Kerze Uiiiiiii Der Tresor geht mir am Arsch vorbei, echt Also, das ist jetzt für eine geile Achterbahnfahrt Und tschüss Ich hab' hier keine Flaschen mehr, ich will einfach nur durch den Sumpf Kann's vergessen Das hat zum Glück sowieso optional, echt Also, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist einfach blöd So schön die Thematik ist, gell, und so schön auch die Level aussehen, hier auch mit den Funkelsachen hier gerade Alles toll Aber die Mechaniken funktionieren hier im Sumpf einfach überhaupt nicht Das ist einfach nur Frust Da wieder nicht, wieder nicht Das ist einfach eine frustige Scheiße, wirklich So Was ist das hier? Was ist das da? Das ist ein guter Plan, gell, was ist das jetzt hier? Wo geht's da hin? Geisterhafte Reise Sag mir doch erstmal, wo es hingeht, Mann Okay, ist wieder irgendein Minispiel-Ding? Gerne Mit einer Art Energiekanone ausgerüstet zu sein Mhm Benutze den linken Analog-Stick zum Beben Und den rechten Analog-Stick zum Beben Den rechten zum Ziel Du kannst immer in eine Richtung schießen und dich in eine andere bewegen Okay Äh Oh je, okay Was muss ich denn jetzt hier machen? Okay, das ist eine Geisterbootfahrt Was muss ich machen? Einfach Geister abschießen Okay, einfach überleben dann, ne? Okay, ist ja eigentlich ganz witzig Huiiii Piu 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 Das ist doch ganz lustig Finde ich mich wie im Europapark Das ist eine Shooter-Fahrt So Okay, cool Okay, den krieg ich nicht, weiß nicht Doch Das könnte doch ganz lustig werden War was anderes Die Musik ist auch grad wie ein Zelda So ein bisschen Schieß halt nicht weiter oder so So Zelda Phantom Hourglass oder so Dann muss ich Fahren Ich trau mich hier gar nichts mehr in den Sümpfen Dann fahr ich jetzt geradeaus Oder ich mach das erstmal kaputt Ich rieche mal Ich schätze mal Tatsächlich Okay Okay. Voll der Shooter jetzt. Shooter-Geist. Ich muss es doch kaputt machen, damit ich hier durchkomme. Erwischt! Wirklich, das Level ist auch wieder eine super lustige Idee. Ja, genau. Wenn ich wieder von allen tausend Seiten komme. Null Leben. Oh, das ist geil, echt. Man erreicht den Checkpoint mit Null Leben, ey. Das ist super toll, ey. Tolle Geschichte. Wir brauchen so viele Münzen wie möglich. Schön hinten bleiben. Ich krieg's nicht mal kaputt jetzt. Oh mein, dieser Krokodil, äh, es ist knochentrocken einfach. So, ich hab'n Hofeisen, perfekt. Was passiert hier? Hä, von was wurde ich jetzt getroffen? Von was? Wen interessiert das jetzt, Bentley? Wir müssen hier überleben. Oh Gott, die unnötig. Das ist ja so unnötig. Ist das wieder ein Checkpoint? Cool. Aber die Level-Idee ist auch wirklich wieder so cool, ne? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Die wollen's echt wissen jetzt, gell? Oh Gott. Ach du Scheiße. Wie bin ich denn da durchgekommen? Oh mein Gott. Drei Grabdinger und da ist der Schlüssel. Nein, ich kann da nicht. Ich kann da nicht hin. Oh Gott. Oh mein Gott. Die ploppen halt auch mittendrin auf, ne? Seht ihr das? Die kommen gar nicht direkt von den Säulen, sondern eigentlich schon fast von der Mitte des Levels. Das ist so unfair. Es ist so scheiße gemacht. Ich hab' nur Leben. Wenn wir jetzt verrecken, muss ich den ganzen Bums von vorne machen. Ne? Ich bin demnächst jetzt auch ne unsichtbare Wand. Ich kann grad auch gar nicht mehr zurück. Bitte mach's halt kaputzleih, wirklich. Ja, und das war's. Schön. Super toll. Und von vorn den ganzen Wix. Super. Mh. Schade. Fast geschafft gehabt. Das war klar. Mit keinem Huf war es nur Leben. Was willst du denn da noch machen? Das wär'n Wunder gewesen. Was soll's denn? Machen kaputt gehen auch. Ja, ich hab mich voll gut geschlagen. Was soll's. Probieren wir es nochmal. Jetzt haben wir ja fünf Leben. Wenn's jetzt nicht klappt, weiß ich auch nicht. So. Wir müssen, wir müssen die Sümpfe hinter uns lassen. Echt. Dieses Kack-Haiti. Dann können wir fahren. So, erster Checkpoint. Amass das Spiel eigentlich nicht zu laut manchmal? Weiß nicht. Mein Stimmchen geht ein bisschen unter. Oh mein Gott. Aber das ist doch jetzt hier. Das geht so. Ja, ja. Prösterchen. Ich hoffe, ihr trinkt auch immer schön brav, wenn der Wolf das triggert. Na toll. Ne, nicht tot, tot. Nein. Jetzt krieg ich einen Ruf, Izi. Das machst du halt kaputt. Das Feedback ist so komisch. Hä, manchmal geht's schneller kaputt und manchmal dauert's voll lange irgendwie, gefühlt. Das ist brav, so muss das. Schau, jetzt ist das wieder so schneller kaputt gegangen. Hä? Also. Manchmal ist das irgendwie komisch. Ich häng' an der Kerze fest. Oh Gott, ich häng' an der Kerze fest. Oh, jetzt aber. Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's. Ich hab'n Hufei, Sinner, auf meinem Rücken. Und ich hab'n richtig plüschigen Ringelschwanz. Schau mal, wie groß und flauschig der ist. Sieht man grad voll gut. Von der Seite, ihr kleinen, dreckigen. Ich bin an der scheiß Kante da hängen geblieben. Geil, dankeschön. Jetzt hab' ich wieder kein Hufeisen. Aber gut, der Wackert-Check, Freund. Halb so schlimm. Komm. Weg damit. Ja. Vielleicht krieg' ich ja wieder eins. Jetzt kommt die Stelle, krass. Oh Gott, ich häng' wieder. Oh, krass. Wieder voll weggepflückt, die Pflaumen. Kerze war sehr anhänglich, Wolf. Glaubst du gar nicht, wie sehr. Leck mich doch am Arsch. Oh, für so schnelle Sachen. Meine Concentration. Mein, 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 alles. Es ist ein bisschen schwierig jetzt. Von weg damit, weg, 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 weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Hufeisen. Und jetzt die Stelle. Das ist ja die letzte Stelle. Der ist schon mal weg. Einfach drauf. Ruf, 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 ruf. Einfach drauf. Guck mal, der braucht jetzt wieder zum Beispiel 1000 Jahre, wie der stirbt, der Turm. Jetzt versetzt er. So, letzter. Yes. Das war's doch jetzt. Ja. Der sechste, oder was? Okay. Es sind wie immer sieben, glaube ich, gell? Geschafft. Geschafft. Bin echt fertig langsam. So, was ist jetzt? Ja, genau, eins noch. Komm, das schaffen wir. Auf geht's. GG, danke. Echt. Was? Ein krasso-masso-kacker. Der Sumpf. Bisschen Müll. Oh, geschafft. Geschafft. Oh. 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 Vielen Dank.